Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Im letzten Part haben wir uns wieder durch die Werft gekämpft. Halt, jetzt hab ich fast hier runtergelatscht. So, also, ihr zwei Hubos wieder. Als Zuhause wird der ja nicht mehr respawn. Klar, ich könnte ja auch mit Fackel reingehen. Hab' ich so schon ein paar Mal gekillt, das heißt ewig oft respawned ja auch, nimmer. Wenn sie's denn dann mal raffen. Ist mir der Stoßattacke rafft der häufig nicht, hab' ich's Gefühl. Alter, einfach auf die Treppe hoch und zu mir kommen, so schwierig ist das nicht. Gute mal so einen breiten Körper, das wahrscheinlich schon, aber... Ganz schlechte Position. Luft nach vorne. Sprich, Rückzug. Also, weg. Ja gut, geht auch. So. Jetzt komm' hoch, damit ich dich killen kann. Und komm' ganz hoch, damit ich nicht wieder runterfliege. Ja, ist gut. Chill' mal dein Leben, Kumpel. What the fuck, was war das für einer? Kommt hier nicht raus. Nee. So, hier kam ein Schatten. Genau. So. Wart mal. Jetzt sag' nicht... Nee, gut. Es wär's ja die Kunde, wenn wir da durchkämen. So, da ist noch ein Schatten da hinten. Und da ist der Feuerpfeil, Hugo. Na, an den ich nicht rankomme. So, dieses Mal bist du alleine, weil der Bogschuss nicht runtergeflogen ist. Genau. Was haben wir denn hier drin Schönes? Ach ja, Gegner, ich erinnere mich. Sonst war hier aber nix. Das heißt... Ich hab' nicht gesagt, von der Seite zumachen! Na, komm. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Hier war Gift in den Festern, deswegen bin ich das erste Mal hier gestorben. Äh. Also, warte, bis das Gift abgeklungen ist. Wenigstens ist es nur Gift und keine Toxifizierung. Ich bräuchte echt mal Gegengift. Okay, lass mir ne Kiste machen, war dann anders. Sag ich jetzt, ich werd' zu vergessen. Scheiß drauf. Jetzt kommt der Punkt, an dem man keinen Bock mehr hat. Ist nur die Frage, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Hier geht's runter, ne? Hier war ne Treppe. Ja, genau. Und noch so ein Viech. Nein, schlimmer. Zwei solche Viecher. Also durchgerannt. Gerannt, sag ich noch. Wo ist die Abkürzung? Hier war irgendwo ne Abkürzung. Was kommt denn da noch alles? Kompletter Kommandotrupp. Äh, yo. Gönnt euch, Leute. Tschüssi. So, den holen wir einfach mal. Und hier ist die Abkürzung. Und du stirbst bitte einfach mal gepflegt. Ja, und dann. Ich bitte. Nicht. Äh. Aber egal, wir haben die Abkürzung. Wir haben die Abkürzung aktiviert. Mehr wollten wir ja gar nicht. Okay, aber da ist auch ein Phantom. Merken. Ich gucke mir den Boss erstmal so an. Den Boss gucke ich mir jetzt erstmal so an. So, da waren noch Laternen. Die könnte ich anzünden. Erstmal gucken, was da oben ist. Könnte ich auch. Ach, hi. Ich sehe Licht. Aber es bleibt schuldig. Ich bin Feryllian. Und ich bin nicht interessiert in der Magie. Aha. Ich sehe Licht. Ich bin Feryllian. Er kann das sein Magielosen. Okay. Sehr einseitig, der Kumpel. Ich geließe jetzt aber nicht. Okay. Kann man irgendwas machen? Das schreit danach, was machen zu können. Man muss nicht das Seil... Okay. Das ist aber wahrscheinlich nicht das Seil. Oder so. Na, egal. Hier wird sicherlich zugetragen werden. Von Besserwissenden. Was denn hier so zu tun ist. So, ich habe wieder Pfeile. Das heißt... Ab mit dir. Ähä. Fuck you. So. Rämm einfach zum Boss durch. Ja, doch. Oder? Den Lut will ich noch haben vorher. So, also. Das ist ein Menschenbild und ein Lebensstein. Ja, das war's. Sowas von Worth. So, und dann ist einfach zum Boss durchgerannt. Mal gucken, wie er ist. Und dann ein zweiter Versuch mit dem Phantom. Nein, ich schaffe keinen Boss beim ersten Versuch. Das ist... Das ist Dark Souls. Ne? Vor allem ganz... Ne, ich habe jetzt beinahe abgestürzt. Ne? Dachte, das wäre die Wechselanimation. Ich habe mich geirrt. Nein, er macht keinen Sprungangriffe. Nach wie vor nicht. So, Nummer eins. Und Nummer zwei. Komm schon. So, danke. War ja gar Rüstung. Wie ist die eigentlich? Gibt weniger Klingeresistenz, aber mehr Schlagresistenz. Wenn es das denn heißt. Wieso gibt es da überhaupt verschiedene Werte für? Wiegt aber weniger. Warte, wenn ich die jetzt anlege. Kann ich dann die Eisentracht... Ja, damit ich wieder unter 70%. Sehr gut. Und schon, sind wir wieder gut dabei. Hier ist Krempel. Da ist so ein Schildkröten-Opa mit einer anderen Waffe dieses Mal. Hm. Wo ist der Boss? Ich komme gleich zu dir hoch, Kumpel. Äh, ich wechsle nur kurz die Waffe. Okay. Ach, das ist überhaupt kein Schildkröten-Opa. Der hat nur einen Umhang. Das ist... ...ein größerer Wahrärger. Der gut aushält. Und gut ausdrückt. Au. Komm schon. Komm schon. Okay. Deal kam durch. Oh, komm schon. Wechsle doch aus, wenn ich's drücke. Egal. Stirb einfach Opa. So, äh, da, 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 da. Wahrscheinlich auch soll er, der respawnt. Weil es ja alles respawnt ist. Okay, Steuerer kann ich nicht benutzen. Ah, wie kommt man da oben hoch? Hm. Na, egal. Blatt nur noch einen Weg übrig. Und den gehen wir jetzt auch. Das ist groß. Wieso kann ich diese Waffe eigentlich nicht looten? Ich meine, das sind faktisch Waffen. Das ist eine gute Holzkiste. Die ist sauber gearbeitet. Die kriegt man nicht kaputt. Wow. L? Ah, da ist der Boss. Ganz schön viel Plunder vor dem Boss. Grosch, dass das jetzt wieder kein Bossnebel wäre, sondern nur, was weiß ich, dass ich damit irgendwie zur Steuerung vom Schiff komme. Okay, das ist Bossnebel. Den wache. Was bist du? Was bist du? Wie, wie schafft man so, wie schafft man sowas? What the fuck? Au. Und Blutungsschaden natürlich wieder. Aha. Au. Jetzt legt die Scheiß-Essos-Klasse. Ich hab kapiert, dass der leer ist. Danke. Aha. Ja, gut. Zwei. Und dann Sprung. Jetzt greift er wieder an. Man kann ihn blocken. Und er macht nie mehr als zwei Schläge. Au. Weich halten nicht aus. Okay, was machen wir mit Phantom? Aber das ist relativ langer Weg zu einem Boss. Oder machen wir es mit Phantom? Ach komm, ja. Wenn es schon da ist. Dann nimmt man es halt. Aber von dem Drachenreiter abgesehen, weil bisher vor jedem Boss ein Phantom fällt mir gerade so auf. Okay, wir haben es ja auch nur drei. Ich überlege gerade, der erste große Boss in Dark Souls 1 waren die Gargoyles. Und die hatten auch ein Rufsymbol. Also da hat man zu leer gerufen. Also klar, der Tutorial-Boss gab es natürlich einmal. Äh, okay, verbeugt sich nochmal. Von mir aus. Hier kommt ein Wahrärger hoch. Pass auf. Und runter. Dich ignoriere ich. Muss mit zwei Phantomen nochmal machen. Na komm. Was soll denn der Geiz? Einfach machen. So. Aufsammeln. Alles hier ignorieren. Und einfach hier reinrennen. Zweitens muss ich mal kurz festhalten, dass der Seelen-Spawn-Platz da sehr sozial gesetzt ist. So, also Dehnwache wieder. Aber ich will mich immer noch fragen, wo der Name Dehnwache herkommt, weil der dehnt sich ja nicht. Würde sie Spaltwache heißen oder so? Verstehe ich, würde ich die Idee verstehen. Aber man merkt schon, mit zwei Phantomen mache ich sehr viel weniger Schaden. Aber gut, die machen ja auch Schaden dafür. Und vor allem, sie ziehen Agro. Das ist das Angenehme. Dass der Post nicht konstant einmal auf den Fersen hängt. Weil sich der ja nicht großartig schwierig. Der hat zwei Angriffe. Und dann kann man draufschlagen. Das Zeitalter ist relativ gering. Deswegen man nicht viel Schaden auf einmal durchkriegen wird bei dem hier. Vermute ich mal, dass das so das Problem bei dem Boss sein wird. Dass er halt lange dauert. Gut, so dauert er nicht lange. Aber hey, wenn das ist... Dann soll es mir diese Rufsymbol halt auch nicht geben. Ja, das ist ein Stück weit affig. Gebe ich ja zu. Aber hey, wie gesagt, wenn die Symbole da sind, das... Ne? Aber zwei war wieder zu viel. Einer hätte gelangt. Mit einem Phantom, der halt die Agro so ein bisschen zieht. Zwei hätte es nicht getaucht. Aber hey. Jetzt hat man sie. Und folge es doch mal halb rum. Und die ist eine Kiste. Pyromantieflamme und ein Feuerball. Oh. Cool. Und das ist... Und das ist... Und das ist... Erzdrakengewand Gewand der Erzdrakensekte aus Okay Interessant Was ist das doch nicht für ein Move, wenn ich Nichts Ne, normaler Schlag Okay Schade, weil die Helebarter, oder vielleicht wenn man es so macht Hm Trotzdem mehr oder weniger normaler Schlag Weil ich noch mit dem kleinen Dash, aber das ist nur Ja gut Weiter geht's Was haben wir hier drin Er pennt Ena Er pennt 2 Aber ihr seid Holos Das heißt, ich kann euch einfach killen Oder sollt ihr euch killen Ach ne, sind nur wieder Wahrärger Da warnt man schon einen neuen Gegnertypus Weil neues Gebiet Dann Naja gut Noch ein Skimmiter Hm Das Schwert ist bald kaputt, wird mir gerade so auf Das Wahrärger schwert halt echt nicht viel aus Anders als neues Gebiet Sprich, hier müsste auch bald ein Bonfire kommen Da war eine Höhle Komme ich da hin Komm nicht durch die Tür raus Die war zu Wartet hier irgendeiner auf mich, der mir ein Empfangskomitee gibt Nein Ist hier drin irgendeine Falle Sieht nicht so aus Die Tür geht nicht auf Nein Bonfire wäre echt langsam gut Hier ist nur der Hebel Ah, hier komme ich durch Seele und ein Schimmernder Lebensstein Sind die besser? Wahrscheinlich Dann noch hier Und hier komme ich auch nicht rein Dann bleibt nur noch der Weg Die verlorene Festung Uh Die Tür geht nicht auf Die Tür Geht auch nicht auf Aber da ist einer schon seit einer Weile drin Wie so aussieht Geht nicht auf Geht nicht auf Ja gut, wenn einer nicht aufgeht Werden die anderen auch nicht aufgehen Sage ich jetzt Aber ich stecke trotzdem jede Die ist offen Skelett Ja, das sehe ich Alltägliche Frucht Was macht die? Stärkt Giftresistenz Aber Bonfire Na dann gleich hinhocken Und zurück nach Majula Zum fernen Feuer bitte Ich will aufsteigen Also vorher Ich habe zwischen dem Stream Mal was getestet Mit den Rufsymbolen Bin dabei Äh Hier noch ein bisschen rumgelutscht Hab gemerkt Ich kann noch zwei Türen aufmachen Da ist einmal hier Ein Händler drin Oh, hallo wieder Ich hoffe, du findest etwas von Use Der hat ein Schild Aber kein Graswappenschild Für den brauche ich 20 Stärke Und der hat einen Schildschlag Der hat 95 Schadensreduktion Gut, ich habe 20 Stärke Silberdrachen Und was hat denn der alles für Resistenzwerte Relativ viel Magie Und der hat überhaupt ziemlich gute Resistenzwerte Wir haben uns den Für 2000 Ansonsten Was hast du noch Soldatenhelm Feste Lederrüstung Stiefel Infanterierüstung Falknerhelm Falknerrüstung Das hast du nix, ne? Ne Ich glaube den großen Drachenschild Gönne ich mir mal Oder einfach mal Oder den normalen Drachenschild Das ist laut 90% Willst du Pferde einsetzen? Dass man an Dark Souls Reiten kann, wäre mir neu Ach komm, 2000 zählen Was soll der Geiz? So, wie ist denn jetzt ausgerüstet? Haltes Menü, wie immer Achso, klar Der wiegt natürlich auch Ordentlich was Wie ich es nicht dran dachte Okay, nochmal Die Die Wie viel dieses Zeug Wiegt von Den Stein-Fuzzis Ah, er hat einen Block-Delay Das habe ich befürchtet gehabt Oder? Nö Wirkt zumindest nicht so Der könnte bei einem Invade lustig werden Ich benutze ihn mal eine Weile Mal gucken, wie er sich spielt Mit dem Block Ich blogge ja gerade zur Zeit sowieso Irgendwie überhaupt nicht Ist hier eine Falle drin? Nein? Okay Ist der Nitscher Monster voraus Aha, sehr witzig Lügner voraus Ja doch Nach dem Block bin ich halt irgendwie ein bisschen Fühlt sich Kopf irgendwie komisch an So, bist du jetzt eigentlich inzwischen da? Ja Das ist groß das Haus Das Haus ist echt groß Das könnte ein Dungeon sein So groß ist das Na gut, das ist nicht wirklich Dungeon, aber So ein Mini-Dungeon Praise the sun Oh ja Der wird nie alt Was haben wir denn hier Schönes? Nitscherbe und Fackel dreimal? Beides? Uh Ah, hier sind wir jetzt Was haben wir da? Achso, das ist die gleiche Das Haus ist echt groß Wie gesagt Wenn ich jetzt hier so einen Keller runterführen würde Das könnte dann so ein kleiner Dungeon sein Was ist denn da? Hä? Wieso ist hier ein so ein einzelnes Licht? Ach, egal Sind die Leute eigentlich nur unter Blut lachen? Gegen was haben die hier gekämpft? Ach Leute, hier hat es einen Keller Dann schaue ich mir erstmal die anderen Räume an Der Großschild behindert mich auch irgendwie Behindert mich auch nicht, oder? Ne Ich meine, der ist groß, ja Und ein bisschen träge, aber Ich mag halt Schilde Pharos Wahrheitsverkünder Na sieh mal an, den muss man gar nicht kaufen Ganzen Batzen Seelen gespart Ach, jetzt müssen wir da wieder zurück Ich brauche mal ein Gegner, an dem ich das testen kann Mit dem Blocken Da ist ein Skelett Das viel aushält Aber das Seelenfallen lässt Ah, das ist dieses Skelett, was Menschenbilder droppt Ich erinnere, ich hatte einer erzählt Dass es ein Skelett gibt hier, das Menschenbilder droppt Wo man hier halt zehnmal Menschenbilder farmen kann Okay, das gehe ich mir jetzt aber nicht extra runter Das machen wir gerade anders Das ist etwas Größeres Dann, äh, gibt's hier noch ein Haus Mit einer Katze Oh, wer bist du wieder? Oh, ich bin nicht ernst Was hast du alles? Du hast Ringe Der Ring hat Fallschaden Von Feichten leichter entdeckt werden? Was bringt mir das bitte? Ring des Geflüssers macht Stimmen von Gegnern hörbar Das brauche ich Der war ganz nice im ersten Teil Ich brauche ich vermutlich Okay, ich kaufe den mal noch nicht Und beende hier sowieso den Part Und warte mal auf Kommentare Wieso, wenn sich einer im Stream sagt Äh Im Stream weiß bitte auch gerne Weil dieser Ring der Fallschaden verringert Ich vermute jetzt einfach mal Dass man den braucht, um hier runter zu kommen Ja, braucht man sicher Ich weiß auch, ob ein Kumpel von mir Noch mal erwähnt, wie ich mich gerade erinnere Ach komm So Sämtliche Bossseelen führen Arsch Und wahrscheinlich sollte ich auch noch Überhaupt nicht hin Ich gehe auch noch nicht runter Äh Aber jetzt habe ich ihn schon mal So Und die P-Absorption ist ganz nett Weil man halt häufig kleinere Gegner sieht Ähm Ja, also Mal kurz ein paar Level Ich habe es möglicherweise weggeschmissen Aber sei es drum Part Äh Sei an diesem Punkt beendet Und man sieht sich beim nächsten Mal Tschau Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020